Es ist ja sehr viel passiert hier in Deutschland in den letzten zwei Wochen. Und allen voran ist das die ganzen Ereignisse rund um das Tesla-Werk in der Grünen Heide in Brandenburg. Und da schauen wir mal rein, weil es hat eigentlich begonnen in der Reihenfolge mit dem Besetzen des Waldstücks dort von Umweltaktivisten. Da werden wir jetzt als erstes mal reingucken und danach gab es noch eine Menge andere Ereignisse. Aber schauen wir erst mal, wie das so losging mit der Besetzung. In luftiger Höhe haben sich die Umweltaktivisten eingerichtet. Mehrere Baumhäuser wurden mit Seilzügen bis zu zehn Meter hoch zwischen die Kiefern gehievt. Seit Mittwochnacht und zunächst scheinbar völlig unbemerkt. Schätzungsweise 80 Menschen besetzen nun das Waldstück bei Fangschleuse neben dem Tesla-Werk. Sie wollen, dass Elon Musks Gigafactory nicht noch größer wird. Unser Ziel ist es, die Werkserweiterung in der Grünen Heide zu verhindern, weil Tesla hier den Menschen vor Ort das Wasser klaut und die Trinkwasserversorgung durch Verschmutzung gefährdet. Auf dem Gelände, das jetzt besetzt wird, will... Also es ist tatsächlich auch so, dass es schon eine Wasserrationierung vorgesehen ist. Ich meine, es ist ja generell ein Problem in Deutschland mittlerweile, dass es in einigen Regionen schon eine Rationierung von Wasser gibt. Ist vielleicht auch gar nicht so bekannt, weil das dann halt einen nicht unbedingt direkt trifft, je nachdem, wo man wohnt. Aber, oder es ist dann halt eher so, dass du halt im Sommer nicht mehr so bewässern darfst, seinen Garten oder solche Sachen gibt. Und das ist dann halt nicht so dramatisch erst mal. Aber dort ist halt die Situation nochmal zugespitzt durch dieses Werk eben. Will Tesla Lagerhallen, einen Güterbahnhof und einen Betriebskindergarten errichten. Dafür müssten etwa 100 Hektar Wald gerodet werden. Dagegen sind nicht nur die Aktivisten, die aus ganz Deutschland hierher gekommen sind und zum Teil schon an Aktionen im Hambacher Forst und Lützerath teilnahmen. Zuletzt stimmten Anwohner gegen eine Erweiterung des Tesla-Geländes in Grünheide. Doch die Aktivisten fürchten, dass das Votum übergangen wird. Wir glauben, dass die PolitikerInnen auch so wie in den vorherigen Malen sich weiterhin mit Tesla zusammentun werden und hier eine Erweiterung ermöglichen werden wollen. Und dem stellen wir uns entschieden entgegen. Und auch viele BürgerInnen hier vor Ort, haben wir auch schon gehört, sind misstrauisch. Und das bleiben wir auch. Einige Tesla-Gegner aus Grünheide unterstützen die Baumbesetzer. Auch sie zweifeln, ob sich an das Bürgervotum gegen die Fabrikerweiterung gehalten wird. Denn es ist rechtlich nicht bindend. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass, ich sag mal, die Gemeindevertreter letztendlich allem zugestimmt hat, ohne zu überlegen, was sie eigentlich damit kaputt machen, mit der Umwelt und auch mit dem Klima hier. Die Stimmung heute friedlich. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort, spricht mit den Aktivisten. Das Waldstück ist Eigentum des Landes Brandenburg. Aber eine Räumung steht derzeit nicht im Raum. Zwischenzeitlich hat auch ein Kooperationsgespräch stattgefunden, also zwischen der Versammlungsbehörde und den Protestierenden hier im Wald. Im Ergebnis dessen ist sozusagen jetzt vereinbart worden, dass die Proteste fortgeführt werden können. Über mehrere Tage wird das der Fall sein. Wir haben auch die Möglichkeit, das auch nochmal zu verlängern, sodass wir uns hier auf längerfristige Proteste einstellen werden. Bis wann genau, das weiß auch die Polizei nicht. Die Aktivisten sind jedenfalls gekommen, um erstmal zu bleiben. Ja, genau. Und das ist halt alles jetzt vor diesem Anschlag gewesen, den ihr ja auch wahrscheinlich mitbekommen habt. Und ich finde eigentlich bis hierhin, ich habe mich sehr darüber gefreut, über diese Besetzung. Es war ja jetzt so, dass es um diese Baumbesetzungsbewegung so ein bisschen ruhiger geworden ist. Es gab ja die großen Kämpfe im Hambacher Forst, dann im Dannenröder Wald und dann Lützerath. Also so wirklich aufeinanderfolgende Schläge eigentlich von der Klimabewegung gegen die Zerstörung unserer Umwelt, gegen die Zerstörung der Natur. Und das ist auch wirklich großartig, was sich da entwickelt hat mittlerweile ab dem Hambacher Forst, wo wirklich sehr gute Fähigkeiten erworben wurden von der Klimabewegung, die sich dort eben immer professionalisierter halt hat. Und das ist jetzt auch wieder ein weiteres Ergebnis von diesen Kämpfen. Und ich finde das auch genau richtig wieder, weil es dort eben vor Ort, wie das ja auch dargestellt wurde im Beitrag, es gibt diese Bürgerinitiative, die sich entsprechend da positioniert. Es gibt eine recht große Unterstützung aus der Bevölkerung also für dieses Anliegen. Und das Tesla-Werk war ja auch sehr stark in den Medien. Da gab es dann diese Aufnahmen auch mit Scholz, wo die dann halt so ganz cringe Aufnahmen mit Elon Musk und so, wie dem da ja in den Ausschnitt gekrochen ist. Und das war wirklich, also genau richtig einfach dieser Kampf und auch von dem Mittel her super gewählt. Top bis hierhin würde ich erstmal sagen. Ja, auf jeden Fall. Nur, was man natürlich dabei bedenken muss, ist, dass es auch nicht einfach ein Konflikt ist von Elon Musk, setzt da irgendwie die große Tesla-Superfabrik hin. Politik findet das gut, Wirtschaft findet das toll, Land Brandenburg natürlich auch gut und die Bevölkerung ist komplett dagegen. Das ist ja wirklich auch was, was die Gesellschaft da in Brandenburg und natürlich auch darüber hinaus ziemlich gespalten hat. Weil auf der einen Seite stimmt das natürlich. Es gab und gibt sehr viele Fragezeichen, was eben die Umweltauswirkung für die Region angeht, gerade diese Wasserfrage. Aber es ist ja auch so, dass es wirklich unfassbar viele Arbeitsplätze vor Ort geschaffen hat, also wirklich ja Tausende. Und das ist so das Prestigeprojekt wirtschaftlich für den Osten generell, kann man ja sogar sagen, so ist, fürs Land Brandenburg sowieso. Und dementsprechend natürlich, so wie ich das mitbekommen habe, auch recht viel Konflikte um das ganze Thema sind, auch recht viel Konflikte um eben jetzt die Waldbesetzung. Und bei vielen Leuten, glaube ich, recht viele Fragezeichen, wie man das jetzt abschließend bewerten soll. Ja und das zeigt sich halt eben auch dann in den Ereignissen, wie es weiterging. Weil das habt ihr ja mitbekommen sicherlich. Es gab dann einen Brandanschlag auf das Tesla-Werk von der sogenannten Vulkan-Gruppe. Und in diesem Zuge ist halt eben nicht nur jetzt bei Tesla der Strom ausgegangen und es gab halt so einen Produktionsstopp. Also wenn man das jetzt rein vom Anschlag her erstmal beurteilen will, ist es sehr erfolgreich in dem Sinne gewesen, weil ja jetzt tatsächlich erstmal die Produktion dann nicht mehr weiterlaufen konnte. Und halt, aber es ist halt eben auch passiert, dass halt, ich glaube, 500 oder 5000 Haushalte, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wie die Zahl war, könnt ihr gerne nochmal reinschreiben, eben auch vom Strom abgeschnitten waren. Genau, 5000 Haushalte. Hier steht es auch in dem Text selber von dieser Vulkan-Gruppe. Und da möchte ich halt auf jeden Fall nochmal zitieren, was diese Leute dann halt dazu gesagt haben, dass ihr Anschlag eben nicht nur Tesla getroffen hat, wo man jetzt ja auch gleich nochmal drüber diskutieren kann überhaupt, sondern auch eben ganz viele Unbeteiligte und einfach die normalen Leute, die halt in der Region leben. Und da schreiben diese Leute, es gibt nur eine Sache, für die wir uns ausdrücklich entschuldigen möchten. Wir haben keine Möglichkeit gesehen, die Aktion durchzuführen, ohne dass an die 5000 Haushalte und Kleinbetriebe für 5 Stunden ohne Strom waren. Laut Medien hatten alle privaten Haushalte um 10.22 Uhr wieder Strom. Hätten wir eine andere Möglichkeit gesehen, wir hätten anders gehandelt. Wir konnten vor der Aktion nicht überprüfen, ob es nur Tesla an dem eigens für ihn umgerüsteten Hochspannungsmast hing oder zusätzlich private Haushalte auch. Es ging um Tesla, nicht um unsere Privathaushalte, in denen wir leben. Wir bitten alle Betroffenen um Entschuldigung. Und da muss ich doch mal ganz ernsthaft die Frage stellen, so wenn das halt offensichtlich mindestens bewusst in Kauf genommen wurde, dass halt 5000 Haushalte, also Zehntausende von Menschen, also mindestens 10.000 Menschen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass in jedem Haushalt vielleicht zwei Leute leben, davon betroffen waren, ja. Was sind das jetzt, was ist das bitte für Linke so? Dass ich halt einfach sage so, scheiß auf die, ne. Unser hohes Ziel hier gegen Tesla vorzugehen, geht über die Interessen von halt den normalen Menschen, die dann einfach vom Strom abgeschnitten werden. Was denkt man sich denn bitte schön, was das für eine Reaktion hervorruft? Man muss ja allein schon darüber diskutieren, wenn das jetzt nicht gewesen wäre. Wenn jetzt nicht diese 5000 Haushalte abgeschnitten worden wären vom Strom. Selbst dann muss man doch darüber reden, was es halt für Folgen hat. Und das ist ja auch, wir haben es ja gerade beschrieben, Tesla ist da sehr hoch angesehen, weil halt eben dort in einer Region Jobs geschaffen werden, die halt auch einfach sehr, sehr wenig Perspektive für die Menschen halt hat. Und es ist also offensichtlich eine Aktion, die losgelöst von Interessen und von Kämpfen der Masse ist. Und wir sagen immer, wenn es um Militanz geht, wenn es um solche Formen der direkten Aktionen geht, dann müssen diese Aktionen immer gekoppelt sein doch mit den Kämpfen aus der Masse und den Interessen. Natürlich, man kann es nicht immer allen recht machen. Und es wird halt immer auch mal Leute geben, die gegen etwas sind, was eigentlich sinnvoll ist. Aber man kann doch so eine Aktion doch nicht ansetzen, wenn man so gar keine Verankerung und gar keinen Rückhalt dort halt entsprechend hat. Man sieht doch im Vergleich dann zu dieser, das hat diese Baumhausbesetzung wiederum. Die hat zumindest eine gewisse Unterstützung und da gibt es eine polarisierende Diskussion darum. Aber die kann auch wirklich Sympathien erreichen. Obwohl es halt eine direkte Aktion ist, die auch Tesla wehtut. Und klar haben sich dann jetzt vielleicht diese Leute überlegt, okay, wir setzen noch einen drauf, unterstützen das noch weiter. Aber bitte doch trotzdem, es ist doch offensichtlich, dass das halt einen so großen öffentlichen Schaden für dann die Sache anrichtet. Ja, ich glaube, es geht halt dabei natürlich auch um nochmal was anderes, was die Leute sich natürlich vorgestellt haben. Da geht es ja auch wirklich einfach um reinen finanziellen Schaden. Und das war ja auch wirklich ein sehr, sehr hoher Betrag dann. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Millionen es jetzt genau waren. Wobei das auch ein bisschen umstritten ist, weil das natürlich Zahlen von Tesla sind. Genau, aber trotzdem natürlich kann man sich ja vorstellen, so ein Ausfall und sicherlich auch die Beschädigung von einigen Maschinen und Produktionsabläufen und so. Aber so gesehen geht es ja erstmal darum und ich glaube auch bei sowas wie dieser Waldbesetzung, und was die Leute halt da dann in der direkten Aktion natürlich sehen, ist auch einfach, die Leute setzen sich da in Bäume, die halt durch eine Erweiterung abgeholzt werden sollen. Das ist unser schöner Wald, ja schade. Und das ist ja auch das, was vielfach bei diesen Kämpfen, wie beispielsweise um Hambacher Forst, Danneröder Forst, auch bei den Leuten einfach sehr gut ankam. Und da ist sowas natürlich auch einfach, ja, es geht viel stärker dann in diese Konfrontation rein. Und was natürlich auch immer das ganze Problem ist, ist, dass die Leute da auch keine wirkliche Perspektive sehen. Weil jetzt diese Erweiterung, gut, da können die Leute halt dann noch eine Perspektive sehen, was eben daraus entsteht. Und das ist jetzt was, das nehmen die Leute dann im besten Fall einfach irgendwie so hin. Da denken sie sich, okay, ist jetzt abgeschaltet gewesen. Alles klar. Ja. Und diese Ereignisse wiederum von diesem Anschlag haben dann ja dazu geführt, dass es diese, ihr habt das gerade schon in den Kommentaren auch angesprochen, dann halt eben diese Kundgebung vor dem Tesla-Werk von den Arbeitern und Arbeiterinnen, die dort bei Tesla arbeiten gab. Dort haben sich also rund tausend, aber auf jeden Fall eine vierstellige Anzahl an Mitarbeitern bei Tesla eben versammelt. Und ich zeige euch nochmal ein kurzes Video von Tesla selbst, die entsprechende Eindrücke und Stimmen zu, die alleine dieses Bild, die zu dieser Kundgebung dann eingefangen haben. Ich liebe die Sonnenbrille. Lasst uns der Vulkangruppe Deutschland der Welt zeigen, was wir unter Solidarität verstehen. Wir werden die Fabrik in der nächsten Woche wieder starten und mit voller Kraft zurückkehren. Jetzt erst recht. Ja, Leute, und das... Ja, ich meine, ihr schreibt es ja schon selber. Die Arbeitsbedingungen sind dort, wie es auch jetzt hier dann zum Beispiel auch unsere Genossinnen aus Hannover von der FHU drunter schreiben und andere natürlich auch darunter schreiben, sind halt miserabel und sind halt generell hier, sieht man es auch nochmal in den Kommentaren, Tesla kündigt Betriebsräte und blockiert IG Metall über Ellons Leiche und die trauern um den Laden. Also, ne, das... Das Ding ist halt, man muss hier das wirklich wieder differenziert betrachten. Und zwar in Anbetracht dessen, was wir vorhin eben dazu gesagt haben. Die Hauptreaktion der Linken ist jetzt, ah ja, hier das Klassenbewusstsein in Deutschland, wie du es jetzt auch schreibst, wie gerne nicht ist, hier traurig. Und guck dir doch diese Leute an. Und dann auch so ein bisschen, finde ich, jetzt nichts gegen dich, ne, aber auch so ein bisschen wieder von oben herab, hier guck dir diese Trottel an, wie sie halt für ihr Unternehmen einstehen und sich da vereinnahmen lassen. Ja, und klar, an und für sich stimmt es natürlich auch, dass es halt, wenn man das jetzt aus unserer Perspektive betrachtet, halt echt mega traurig und schade ist. Aber gleichzeitig sagt das halt einfach auch nur noch mal das unterstrichen, was ich vorhin gesagt habe, wie bekloppt halt dieser Anschlag ist. Wenn du ihn halt so isoliert von den Massen vollführst, dann ist das halt auch einfach, dann kann halt so ein Unternehmen, was ja tatsächlich dann in der Kritik steht, was ja tatsächlich in der öffentlichen Diskussion steht, hat dann eben einen Anlass gefunden, um sich hinzustellen und sagen zu können, hier, wir werden so krass angegriffen von terroristisch, das ist ja ein terroristischer Anschlag auf die im Prinzip, das können die dann jetzt sagen. Und unsere Leute hier vor Ort, unsere Arbeiter, die sind ja für uns und wir werden hier so angegriffen. Ja, und was denkt ihr denn bitte, was das halt genau, wie du schreibst, Eola, perfekte PR für Tesla, ein Riesenschlag in die Fresse von der Umweltbewegung und dem Baumbesetzungen. Das ist meine Meinung dazu. Das hat ja nichts damit zu tun, dass wenn jetzt halt diese komischen Vulkanleute jetzt am Ende des Tages irgendwie gebastelt werden, dass ich dann sage, ah ja, geil, lass die im Knast verrotten oder so, wie das dann halt manche Linke machen, wenn ihnen Sachen nicht gefallen. Das würde ich natürlich auch nicht tun, aber so ganz klar zu kritisieren, so das ist halt nicht unser Weg und das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie fehlgeleitete, von den Massen losgelöste Militanz halt, was das für einen Schaden für unsere Sache anrichtet. Aber das ist halt auch einfach was, was nochmal generell dieses Grundproblem aktuell von diesem Gegensatz Klimabewegung und ja, im weitesten Sinne eigentlich gewerkschaftliche Organisierung zeigt. So natürlich sehen jetzt beispielsweise Leute, die in der FAU organisiert sind oder generell linke Gewerkschaftler, das vielleicht nicht so stark, aber wenn wir uns das anschauen, das ist ja auch nicht unähnlich gewesen mit den Klimakämpfen im Rheinland gewesen und den Gewerkschaften, die dort dann die Kohlearbeiter beispielsweise organisiert haben, wo man dann auch einfach keinen Common Ground so richtig finden konnte und hier ist es natürlich nochmal stärker, vielleicht jetzt nicht mit den Gewerkschaften, weil die allermeisten dort nicht gewerkschaftlich organisiert sein werden, aber es für die Region einfach so eine unfassbar große Rolle spielt und natürlich auch für Ostdeutschland einfach nochmal so eine riesige Rolle spielt und das ist jetzt auch ein Unternehmen, also was im Gegensatz zu den großen Kohlekonzernen natürlich auch in der Kritik steht und es auch sehr viele Leute gibt, die klar machen, ja, E-Autos hier sind auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei, wenn es jetzt um Umweltschutz geht, aber es kann sich ja viel besser dahingehend positionieren, als jetzt irgendein Kohlekonzern das machen könnte und sich noch viel mehr als wirklich die Zukunft der Region darstellen, was jetzt bei Kohlekonzernen natürlich eher so eine Darstellung auf dem absteigenden Ast ist, wenn wir jetzt da in die Lausitz gucken und die Klimakämpfe, die es darum gab, mit Tesla wirklich ist ja jetzt ein Unternehmen, was da hingekommen ist, was natürlich auch skeptisch beugt wird, aber was sich wirklich darstellen kann, wir sind die, die dieser eigentlich abgehängten und schon abgeschriebenen Region jetzt nochmal wirklich ein neues, modernes Gesicht geben können und wir sind die Zukunft, wir sind eine wachsende Branche, wir werden die sein, die auch eure Kinder und eure Kindeskinder noch hier mit Arbeitsplätzen versorgen werden und deswegen ist das einfach ein unfassbar schwieriges Kampffeld und wie man sieht, auch eins, was eigentlich dazu einlädt, auch mal ziemlich stark ins Klo zu greifen. Ja, Barbara Salisch, die Frage, ob von den Baumbesetzern es irgendwelche Äußerungen zu diesem Anschlag gibt, also so was ich jetzt so grob gesehen habe, ich kann mich auch täuschen, ist halt, dass halt einfach sich probiert wird, dazu nicht so wirklich zu äußern und ich kann das auch verstehen, das ist ja ein weiterer Aspekt, da laufen jetzt die ganze Zeit irgendwelche Presseleute und irgendwelche Medienschaffenden und auch irgendwelche Rechten halt rum und fragen dann da halt die Genossinnen in den Baumhäusern, ja, was haltet ihr denn davon, von diesem Anschlag und wollt ihr euch jetzt nicht dazu äußern und zu positionieren und so weiter und also das ist halt so ein Rückschritt für diesen Kampf, man muss doch einfach sehen, man muss doch wirklich sehen, dass solche Protestbewegungen, Klimabewegungen, so Baumhausbewegungen, die können nur erfolgreich sein und das haben wir doch gesehen im Hambacher Forst und in anderen Kämpfen, wenn es eine breite Unterstützung aus der Bevölkerung gibt, nur wenn diese Baumbesetzungen im Zentrum einer breiten gesellschaftlichen Bewegung gegen das Anliegen, was die Baumbesetzung hervorruft, wirklich schafft, nur dann hat das auch einen Erfolg und das ist halt, was meiner Ansicht nach jetzt halt wirklich sehr, sehr stark unterminiert wurde von diesem Anschlag und den entsprechenden Reaktionen aus der bürgerlichen Presse und allem, was jetzt halt so passiert. Ja, ich meine, man kann halt trotzdem nur Glück wünschen, dass dass das jetzt halt jetzt besser weitergeht und vielleicht dann doch weniger eine Rolle spielt, als man zuerst denkt, aber wenn man sich das halt eben anguckt, was da bisher passiert ist. Vermutlich nicht. Vermutlich leider nicht. Ja. So viel dazu. So viel dazu. Ich kann euch noch einen Podcast empfehlen, den ich selber nicht gehört habe, aber den ich einfach noch mit reinnehmen wollte, weil er aus der unserer Community empfohlen wurde und zwar von PTK. Der hat ja auch einen Podcast Rauchmelder, heißt der und da hat er eine eigene Folge jetzt hier gemacht, Tesla den Hahn abdrehen, wenn ihr euch dann nochmal mehr über die Hintergründe des Ganzen interessiert und informieren wollt. Ja.